siegucke freunde und willkommen zurück bei is the last of us wir sind ja hier grad die leute am weglocken von und vom guten tschul ist okay selber keine mehr das ist vielleicht gut wer weiß vielleicht kommen aber auch noch welche ich denke mal schon nicht dass wir die alle schon haben wir haben auf jeden fall jetzt schon einiges an waffen und sowas und das ist denke ich mal was ganz nice ist ich habe jetzt auch zwei quick felder hier auf diese seite heißt nicht nur ich glaube ich nehme hier die schroth einerseits und dann das jagdgewehr habe ich eines hier habe ich sogar drei nach unten okay ich nehme so das jagdgewehr ganz zu oberst das ist kein schlechtes gewehr muss man dazu sagen ich bin nicht geschossen was sind die okay es gibt auf jeden fall noch viel mehr die die beiden werden auch da und der hier auch was ist das für eine waffe dass wenn man den gegnern ins bein schießt dass sie dann trotzdem sterben okay aber jetzt brauche ich etwas um da hoch zu kommen aber schon irgendwie traurig dass die schlimmsten gegner von allem sogar menschen selber sind wie komme ich da hoch anderen worten scheiß auf die scheiß zombies versuche nicht von den menschen getötet zu werden im prinzip schon irgendwie traurig aber man muss ehrlich dazu sagen die sind mehr als selber schuld meine wir waren ganz normal in der uni auf jeden fall wir waren ganz ganz normal in der uni im labor was machen die die kommen und schießen auf uns ohne grund wo ist noch nicht mal wer das ist aber ich brauche irgendwas um da hoch zu kommen irgendetwas die frage ist nur was ich das hier irgendwie auf oder so die kiste da rauszunehmen das verstehe ich jetzt nicht so ganz diese quest du packst das ach komm schon in deinen weg gibt es bestimmt also einerseits es gibt die ganzen truhen hier die kann man auf jeden fall nicht bewegen vom fleck also nutzt es mir auch nichts wenn ich die irgendwie irgendwo hinschleppen will ach so hier haben wir noch etwas was mich ein bisschen heilt zwei sachen welche ich bereits voll habe vielleicht kann ich mir noch irgendwas machen zum beispiel so ein midi pack die kann man ja immer brauchen mache ich mir noch so eine granate die ist denke ich auch mal mache ich mir einfach noch eine ja da kann ich mir das zeug hier nämlich beides wieder nehmen so alter aber wo zur hölle oder wie zur hölle kommt kommt man dann da hoch was ist das ach das ist ein boot lol lol trovlobse hm kann ich hier irgendwie bei den felsen hochklären wohl kaum nee das war klar irgendeinen weg muss es doch hoch geben ey Leute ich wette ihr wisst schon alle genau wie und ich stell mich hier so voll blöd an und check's nicht hä hier steht etwas was man nicht mehr lesen kann jetzt hier lesen nee irgendwie outside irgendwas glaube ich das sieht nach ausgang aus achso lol aha lol ich check's einfach nicht was hierhin durchgeht ich hab aber die ganze zeit auch auf diesen hinweis gewartet und jetzt hab ich ihn gekriegt das ist was schönes okay hier gibt es so einen kleinen tunnel wo man durchgehen kann immer kontrollieren wie es zeittechnisch aussieht sonst überziehen wir wieder und dann ist plötzlich das ende des videos sozusagen abgeschnitten also finde ich nie so nice wenn da plötzlich was interessantes passiert da komm ich nicht durch ja aber ich kann das ding bestimmt irgendwie von draußen weg nehmen das gibt bestimmt irgendwie oder so das war's krass lol ich wusste gar nicht dass ellie so stark ist so jetzt kommen wir bestimmt irgendwie durch ja jetzt dürfte es reichen wunderbar da muss ich hin okay ich seh's schon das wird aber nicht so einfach denk ich mal und wer ist bestimmt noch hier oder muss ich durchs Haus ich glaube ich höre was ich glaube ich höre was ja da hinten wo hat's noch leute die erinnern mich schon ein bisschen an die solari aus tomb raider also dem ersten nicht zu rise of tomb raider das habe ich gar noch nicht gespielt sollte ich eigentlich auch mal aufnehmen wenn ich schon das erste letzte Bild habe es kommt noch denk ich mal vielleicht sogar nach der last ich hab keine munition mehr um nachzuladen schade eigentlich ach nee hinten dran hat's noch welche wo wurde ich jetzt abgeschossen ach Leute naja wie dem auch sei ich seh den einen sogar von hier noch ich hatte auch nen scheiß Punkt wo ich geschossen habe als ob ich den jetzt nicht getroffen habe der war doch ganz klar im kreis drin ich nutze mal eines von den midi packs oh oh komm nicht so schnell ach du scheiße wo ist der ich werde dich erledigen du dreckstück okay tief durchatmen miese brise miese brise ach ist das gut wie komm ich hier raus ganz einfach mit der Mülltonne er liegt zwar nicht so stark wie Dings aber naja ein bisschen kraft trainieren muss er auf jeden Fall nochmal ich glaube das dürfte reichen oder mhm aha aha also ich komm da ups ich komm da jetzt also nicht ran aber es gibt einen anderen Weg da kann ich durch ich muss also wirklich jetzt durchs Haus das scheint keine gute Idee zu sein denke ich mal aber aber ich wage jetzt natürlich ich höre grad noch nicht das kann sich aber auch schnell ändern oh nein was ist denn da drüben diese faggot kämpfen ach man ich kann sie von hier kaum treffen im Prinzip hab ich schon vergeigt Hä die haben mich tausendmal getroffen und jetzt hier ist nichts oh Gott ich setz setz noch ein Midi-Pack ein davon können wir noch einige machen ja ja setz doch ein also da draußen hat es noch irgendwo welche die Frage stellt sich nur wo sind die jetzt hin Scheiße da vorne ist einer ich habe die Scheiße gehöre ich brauche den poo ich brauche den bow Okay. Ah, das bringt's ja nicht. Warum geh ich mit Ellie in den Nahkampf? Das bringt's nicht. Egal, ähm. Ich bleib auf der Pistole, der ist übrigens am meisten, glaub ich. Loll, wo bin ich jetzt? Wo bin ich? Hier war ich doch gar noch nicht. Oder doch. Bin ich jetzt völlig bescheu... Doch, hier war ich. Stimmt. Sie ist auf dieser Seite der Hütte! Ach, Mann! Ich brauch keine Decke. Mann! So. Geht's mir schon mal wieder besser. Einer ist tot. Oh! Videoclip gespeichert, das heißt, die Folge ist so ein echt voll Idiot. Vergesst es immer mit der Zeit. Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, Däume allein nach oben. Würde mich sehr freuen. Bleibt's auch. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin, haut rein! Schau! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.